Hmm, hier sind wir also. Im Jahr 2022 und ihr wollt von mir wissen, welche Programmiersprachen ihr lernen sollt. Mittlerweile ist so ziemlich jede Sprache kostenlos. Die Leistungen unserer Rechner, egal ob Server, Privat oder Mobil, sind auch wirklich solide und richtig Speicherprobleme haben wir eigentlich auch nicht mehr. Sollte doch eigentlich völlig egal sein, welche Sprache man lernt. Das könnte man meinen, zumindest objektiv wirkt es so. Aber manche Faktoren machen Sprachen nützlicher, besser, angenehmer oder sogar nötig. Das klären wir heute für das angebrochene Jahr. Es gibt ja verschiedenste Teilbereiche in der Informatik und wenn man im Job am Ende dann angelangt ist, dann will man sich vermutlich nicht mit Exotenwissen rumschlagen, sondern eher dem Industriestandard folgen, um eben an den Projekten dann auch reibungslos mitmachen zu können. Ich habe mich deshalb für dieses Video hier an zahlreichen Studien orientiert. Natürlich der Stack Overflow Umfrage, die von ihren Nutzern abfragt, was sie so regelmäßig nutzen und was nicht. Dann noch den Statistiken von GitHub, dem Tiobe-Index, PyPL und Spektrum von IEEE. Das sind natürlich alles extrem große Namen, aber auch die sind sich nicht ganz einig, was eigentlich jetzt die wichtigsten sind. Eindeutig sind aber zumindest diese hier. Python, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, SQL, Java, C++, C und C Sharp. Die sind alle extrem wichtig. Immer irgendwo in den Top 10. Das liegt vor allem einfach daran, dass sie allgegenwärtig sind. Schauen wir uns das genau an und fangen an mit Python. Python ist im Bereich Data Science und Machine Learning einfach nicht wegzudenken. TensorFlow, PyTorch, NumPy, Pandas, SciPy. Wir haben ja eigentlich fast alle davon mal gemacht zumindest und die bieten Python-Entwicklern eine wahnsinnig vielfältige Umgebung, die ist bislang noch nicht mal annähernd vom Strom gestoßen worden. Speziell hier muss man aber zumindest mal ganz kurz Julia, R und Matlab mal als Sprachen erwähnen, die oder als Umgebung erwähnen, die zwar nicht an Python herankommen, aber speziell für den Bereich Data Science eine sehr gute Alternative jeweils darstellen. Da hört es allerdings bei Python nicht auf und das ist der Grund, warum Python einfach immer noch deutlich mehr genutzt wird als diese drei. Denn auch im Web-Bereich ist Python nicht mehr wegzudenken. Das liegt auch hier wieder an den ganzen Frameworks, die sie natürlich auch durchgesetzt haben. Eine API fürs Backend mit Python zu schreiben, das geht so viel schneller als Java Spring zu benutzen. Hier gibt es Flask vor allem, FastAPI und natürlich Django, welche alle drei für APIs leicht, schnell und intuitiv genutzt werden können und auch werden, auch von den großen Tech-Giganten. Dazu kommt dann, dass ich Python persönlich auch für die perfekte Sprache für Anfänger halte, da man sie wirklich sehr leicht erlernen kann. Ja, der Umstieg danach ist etwas unangenehmer, wenn ich von Python zum Beispiel auf C++ wechseln möchte. Aber dafür sind Erfolge sehr schnell erreichbar und damit sinkt die Motivation eben nicht so sehr, wie das bei anderen Sprachen vielleicht der Fall ist. Speziell aber die neueste Version 3.10 ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Hier sind nämlich ein paar neue Features am Start, vor allem aber die besseren Fehlermeldungen, die machen es Anfängern so richtig viel einfacher dann. Also ich weiß nicht, ob ihr mal 3.10 benutzt habt, die Fehlermeldungen sind wirklich sehr, sehr detailliert und genau. Nummer 2 sind unweigerlich eigentlich die Websprachen. HTML, CSS als Markupsprachen für den Inhalt bzw. das Design und natürlich JavaScript bzw. TypeScript als Addon für JavaScript, um die Funktionalität innerhalb dieser Frontend-Webseiten, was auch immer, herzustellen. An diesem Stack führt eigentlich kein Weg dran vorbei, wenn ihr wirklich Websites erstellen wollt. Vor allem im Frontend. Sprich das, was der User dann am Ende sieht. Hier zum Beispiel YouTube als Webseite. Quasi keine Alternative. Und dementsprechend haben sich auch eine Vielzahl an Frameworks entwickelt, die euch das Arbeiten noch ein bisschen erleichtern oder euch mehr Möglichkeiten bieten wollen bzw. einfacher Möglichkeiten bieten wollen. React ist hier wohl aktuell das beliebteste, wo wir ja auch schon einiges dazu gemacht haben. Angular, View und noch einige mehr muss man hier aber auch nennen. Da müsste man eigentlich schon fast ein eigenes Video dazu machen. Das dürft ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu meint, ob wir sowas machen sollen. Auch im Backend hat Python fette Konkurrenz durch JavaScript bzw. TypeScript. Denn Express, das wozu wir hier aktuell gerade eine Tutorial-Reihe machen bei mir auf dem Kanal, ist ganz, ganz weit vorne dabei, wenn es um API-Development geht. Und das geht es einfach bei den meisten Websites, bei den meisten Apps, bei den meisten allem eigentlich, was mit Web zu tun hat. Und was hat heutzutage nicht mit Web zu tun? SQL ist ebenfalls keine wirkliche Überraschung, zählt eigentlich auch schon quasi zu den Web-Sprachen, wenn man so möchte. Denn es ist im Endeffekt die einzige Sprache, in Anführungsstrichen, mit der ich auf Datenbanken irgendwie zugreifen kann. Das heißt, ich brauche SQL, um einfach Daten abzulegen in meine Datenbank am Ende. Interessanter wird es also weiter hinten im Feld. Java zum Beispiel. Ich hatte ja vorhin Java Spring erwähnt, was viele große Unternehmen immer noch sehr, sehr gerne nutzen, um ihre APIs zu entwickeln. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich dazu noch keine Tutorial-Reihe gemacht habe, wo ich sogar ungefähr 100 Java-Videos habe oder sogar ein bisschen mehr. Das liegt daran, dass Java zwar noch sehr häufig in eher großen oder älteren Unternehmen zu finden ist, aber selbst dort immer mehr durch Python und JavaScript ersetzt wird. Java ist eher oldschool, klassisch objektorientiert, Garbage-Collector, recht performant aber auch und vor allem sehr robust. Auch im App-Development-Bereich wird Java immer noch viel genutzt, aber gerade dort wird es mittlerweile mehr und mehr durch Kotlin ersetzt, das eben auf Java aufbaut und sich nahtlos integriert. Ihr könnt Kotlin-Code in bestehendes Java reinpacken, ihr könnt Java in bestehenden Kotlin-Code reinpacken und so langsam aber sicher eure Anwendung umschreiben, dass am Ende alles nur noch Kotlin ist und gar nichts mehr in Java. Und Kotlin bietet einfach diese modernere, flexiblere Komponente, dieses funktionalere, mit dem man dann eben am Ende doch schneller zu einem Ergebnis kommen kann. Womit wir bei C-Sharp wären. Das ist ja quasi Java, nur von Microsoft. Allerdings hat natürlich dieses Microsoft einen riesigen Vorteil, denn C-Sharp nutzt natürlich die .NET Runtime, die extrem beliebt ist. ASP.NET im Speziellen ist wahnsinnig weit verbreitet, vor allem bei Windows-Servern und immer mehr auch bei Azure, die komplette Microsoft-Umgebung eben. Und dementsprechend gibt es auch sehr, sehr viele Konfigurationen, sehr, sehr viel alles eigentlich, was mit C-Sharp geschrieben wird im Microsoft-Kosmos, der übrigens in Deutschland sehr, sehr beliebt ist. Und dann haben wir dann natürlich noch C++ und C. Diese beiden sind wohl der Backbone, wenn ihr so wollt. Das einzig wahre, wenn man ganz, ganz nah an die Maschine möchte. Python basiert auf C. Linux basiert auf C. Alles basiert auf C. Vor allem C++ natürlich. C ist extrem hardware-nah und ihr habt dort Möglichkeiten mit dem System zu interagieren, die euch sehr viele Möglichkeiten geben. Dazu ist C und auch C++ extrem performant, wenn man weiß wie zumindest, und wahnsinnig platzsparend. Das macht C natürlich zum idealen Kandidaten für hardware-nahe Entwicklung, Embedded Systems, Internet of Things. Da gibt es kaum eine Möglichkeit, dran vorbeizukommen. Allerdings sind beide nicht sonderlich leicht zu erlernen, daher eher nicht so für Anfänger geeignet. Man kann es aber durchaus auch machen als Anfänger. Ist halt dann ein steinigerer Weg. Wenn ihr aber ein Ziel vor Augen habt, dann macht das. Alles, was aber richtig schnell laufen muss, sollte wohl in C++ geschrieben sein. Deswegen auch speziell für Spiele-Engines C++ sehr beliebt ist. Unity allerdings macht damit C-Sharp eine kleine große Ausnahme. Das war jetzt nicht wirklich was Besonderes für dieses Jahr, oder? Deswegen lasst uns nochmal auf die vielversprechenden Neuheiten schauen. Ich hatte ja schon vor kurzem Kotlin angesprochen, dass sich immer besser, immer mehr ins Java-Ecosystem integriert und bei Android schon mehr oder weniger der Standard ist, wenn man zum Beispiel, ja, wenn man zumindest kein Cross-Plattform-Framework nutzen möchte. Aber speziell im Mobilbereich gibt es noch deutlich mehr. Wir hatten letztes Jahr eine Dart- und Flutter-Reihe auf meinem Kanal. Mittlerweile ist wohl wirklich ein nicht kleiner Anteil an Apps mit Dart und Flutter geschrieben. Ist einfach deutlich schneller und leichter als mit Swift für iOS eine App zu schreiben, dann mit Kotlin für Android eine App zu schreiben und dann auch noch eine eigene Webseite. Mit Dart und Flutter kriegt ihr alles drei auf einmal. Natürlich nicht so tief am System dran, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Deswegen steigt auch mit Dart und Flutter von Google ist das übrigens immer mehr und mehr in der Beliebtheit. Klar, die Frameworks sind sehr jung, vor allem Dart und Flutter sind sehr jung, aber dafür sind sie schon echt weit und es wird natürlich auch immer mehr, was sie an Features dann am Ende auch bieten. Auch fürs Backend hat Google was für uns. Go. Ja, sehr kreativer Name, ich weiß. Aber Go hat durchaus was zu bieten und könnte bald für einen Großteil der Backends da draußen verantwortlich sein. Go ist statisch typisiert und sogar kompiliert, also eigentlich mehr zäh als Python. Dafür aber Memory Safe und es enthält ein Garbage Collector. Der Vorteil von Go ist also performante und vor allem richtig skalierbare Webserver mit extrem potenter Concurrency, also quasi Nebenläufigkeit, ja sowas wie Multithreading, Parallelismus, all das. Go ist also wirklich verdammt schnell und das macht es so einzigartig. Für große Services ist das durchaus ein wichtiger Punkt. Und wo wir gerade von schnellen Sprachen sprechen. Rust ist auch immer mehr im Kommen. Eine Sprache, die vor allem auf Sicherheit ausgelegt ist. Klassische Cyber Security meine ich damit zwar nicht unbedingt, fällt da aber auch gewissermaßen drunter. Denn wenn eine Anwendung in Rust mal läuft, dann stürzt sie deutlich schwerer ab. Das heißt, sehr viel weniger Runtime Errors in Rust als bei anderen Sprachen. Vor allem Python und JavaScript natürlich. Das ist aber natürlich sehr hilfreich, gerade wenn jemand zum Beispiel auch versucht, meine Anwendung abstürzen zu lassen, um mir dann am Ende hier irgendwie einen Exploit unter zu jubeln. Rust kann mit den richtigen Frameworks sogar für das Frontend von Webseiten als auch natürlich für das Backend genutzt werden. Wobei so speziell Frontend Entwicklung kann eine echte Pain sein. Aber es ist machbar. Das Tolle ist aber auch hier wirklich die Geschwindigkeit. Denn Rust ist super für Multithreading. Dass es Thread-Safe nach dem Compiling schon ist, das kommt dann noch oben drauf. Und das macht es halt zu einer sehr attraktiven Sprache. Einen allerletzten, eigentlich sehr alten Kandidaten habe ich dann noch für euch. PHP. What? Ja, PHP 8 ist rausgekommen und bringt einige ziemlich moderne Neuerungen mit sich. PHP kann mittlerweile auch gut für APIs genutzt werden, ebenso wie klassische Webentwicklung, wie zum Beispiel für WordPress. Daher ist PHP immer noch ein sehr wichtiger Bestandteil auf dem Markt und mit den richtigen Frameworks wie Laravel zum Beispiel eigentlich doch deutlich moderner unterwegs, als man vermuten würde. Was sagt ihr, was wollt ihr am liebsten von mir noch sehen? Mehr von einer Sprache, die wir schon hatten? Die wichtigsten gibt es ja eigentlich alle sogar von mir. Oder soll ich nochmal was zu den Newcomern machen? Go, Rust, PHP 8. Sagt mir da mal gerne Bescheid, was ihr meint. Die neuen Features von PHP habe ich ja zum Beispiel noch gar nicht vorgestellt. Ebenso wie die wichtigen Bibliotheken für die Sprache. Die Sprache an sich natürlich schon. Aber ja. Oder findet ihr neue Sprachen eher weniger spannend und wollt ihr lieber mehr Inhalte wie Frameworks und das, was wir aktuell viel machen bei mir auf dem Kanal? Schreibt mir das mal in den Kommentaren. Natürlich habe ich aber auch noch ein kleines Schmankerl für euch. Get in IT ist nämlich auch dieses Video wieder mit dabei. Dieses Mal möchte ich euch allerdings nicht ihre tolle Plattform näher bringen, sondern eher die Job.io. Schon wieder. Ich darf nun, ich glaube, das sechste Mal auf der Job.io als Speaker auftreten und euch etwas Nices erzählen. Los geht's am 10. Februar um 14 Uhr. Es geht bis 18 Uhr und natürlich ist wie immer alles für euch komplett kostenfrei und auch anonym machbar. Da die Job.io dieses Mal unter dem Licht der Softwareentwicklung steht, habe ich mir gedacht, wäre doch ein bisschen spannend, die DevOps Kultur mal euch näher zu bringen. Und dazu brauche ich euch sogar live. Wird noch ein bisschen interaktiver als die letzten Mal. Ein kleines Experiment meinerseits, wenn man so möchte. Natürlich bin ich aber nicht der Einzige, der dort sein wird. Insgesamt sind es 31 Unternehmen da. Das kann sich durchaus auch noch ein bisschen ändern, je nachdem, ob welche dazukommen oder welche weggehen. Und es gibt natürlich auch 16 Livestreams für euch. Ihr könnt wie immer natürlich im Live Event via Chat Fragen stellen, mit den Unternehmen reden und auch kostenlos euren Lebenslauf für eine Bewerbung Probe checken lassen. Also ziemlich nützlich. Vergangene Events könnt ihr natürlich auch nachschauen. Habe ich euch unten in der Beschreibung alles verlinkt. Wir freuen uns natürlich auf jeden Fall auf euch und ich bin gespannt, was ihr so alles sagen werdet. Viel Spaß!